so hallo und herzlich willkommen zu der nächsten folge von minecraft dekoration und in diesem teil möchte ich euch zeigen wie man wände und wege etwas verschönern kann und noch eine andere kleine sache dass man alles hier schon sehen kann so zu beginn möchte ich euch zeigen wie man dieses creeper face das gesicht eines creepers in eine wand bauen kann dieses modell benötigt einen platz von drei mal drei blöcken dazu platziert man hier erstmal in die ecken stairs und dann hier an die seiten noch mal auf den kopf stehende treppen und dann muss man nur noch ganz einfach oben und unten einen vollen block hinsetzen und nun hat man das gesicht und im nächsten part hier haben wir hier eine wand eine sehr flache wand mit einem sehr weh einen schönen weg gerade schön langweilig das ganze habe ich hier einfach mal auf der anderen seite auch gebaut bloß etwas was schon übertrieben gemacht eigentlich dass wenn man das im großen maßstab baut wirkt das viel imposanter und viel besser und am also generell erstmal zu der wand habe ich dann mossy stone bricks und cracked stone bricks was man jetzt beides in vanilla herstellen kann gebaut und reingesetzt und halt unten und oben eher das mossy koppel gesetzt und eher in der mitte den gebrochenen steinziegel weil das so halt was logischer ist wenn von oben oder von unten das moos hoch oder runter wächst dazu habe ich noch wasser in die wand reingesetzt weil das so ganz etwas interessanter aussieht und auch entwirkt als ob das ganze einen sinn hätte weiterhin habe ich in dem weg etwas um also erst mal die seite etwas kurs dorthin gemacht so dass man sieht dass das vielleicht auch was ausgetreten ist darauf wächst nämlich kein gras dann habe ich in der mitte was erde gesetzte auf gras büschel und auch was ende zeit und im prinzip kann man hier auch cobblestone das gemacht habe und da und stone bricks und stone und alles weiter reinsetzen und auch was ich gemacht habe ist ich habe unter die treppen dass jetzt auch eine treppe die ich bloß aus dem kopf habe ich jack o lanterns platzieren also leuchtende kürbisse und diese spenden durch die treppen und durch das gras durch das laub hoch licht und das ganze sieht dann so aus dass der weg dann auch quasi bei nacht mehr oder minder spawn proof ist dass hier drauf nichts bohnt und dass das trotzdem erleuchtet ist für den nächsten was anderes habe ich dann hier noch vorbereitet etwas ganz anders und das kann man sehr gut für eine bibliothek verwenden und zwar ist das ein bücherregal mit einer bank davor so dass man sich hier ein buch rausnehmen kann sich dann hier hinsetzt und sich dann das buch anguckt dazu fängt man an mit seiner wand platziert darin das egal egal und davor muss dann einmal ein boden hingezimmern werden diesen mache ich auch aus slabs und zwar aus oak slabs weil das dasselbe material ist wie von den bücherregalen in manchen texture packs ist das anders da muss man das dann jeweilig anpassen für die bank muss man jetzt im boden im abstand wenn man es haben will bei treppen platzieren dazwischen muss ein block frei sein und dann einmal darüber drei teppiche das ganze kann man auch anders machen und zwar wenn man die treppen andersrum platziert so dass die nach innen zeigen sieht das ganze anders aus dass die stützen was weiter in der mitte wo ist dann der unterschied mir persönlich gefällt das hier besser aber das müsst ihr für euch entscheiden was euch besser gefällt das ganze war es auch von diesem kurzen tutorial also von diesem kurzen video falls es euch gefallen hat würde ich mich über eine bewertung freuen lasst mir mal konstruktive kritik da und auf wiedersehen